Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen News-Update-Video vom Spiel FarnTogether 2. Und ja, vielleicht könnt ihr es schon an meinem Hintergrund erkennen. Wir haben heute ganz, ganz tolle Neuigkeiten. Es kommt nicht viel dazu, nicht viel in Anführungszeichen, aber sehr tolle Sachen. Und zwar, wenn wir ins Menü reingehen, da sehen wir schon die Ausrufezeichen. Wir haben ein neues Haus, was wir bauen können. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben, weil wir müssen 25 Medaillen pro Stufe bezahlen, kriegen dann 125 XP. Gut, wer braucht die schon noch, wenn man so viel bezahlen muss? Da denkt man schon nicht mehr drüber nach. Es dauert jeweils eine Stunde, um das Haus fertigzustellen. Und ihr müsst allerdings zusätzlich noch ganz seltsame Ressourcen eingeben. Und zwar 50 Federn, 75, ja, ich sag mal Tomaten, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll, 75 Beeren und 75, ich sag immer Paprika. Ihr wisst, was ich meine. Die brauchen wir dann pro Stufe. Es gibt wie immer vier Bauphasen, die gebaut werden müssen. Das heißt, das ganze Haus würde dann insgesamt 100 Medaillen kosten. Also das ganze, was ihr hier seht, halt eben mal vier. Ich wette das ganze... Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen weggehen. Ich werde das ganze mal hier vorne hinstellen, wenn ich mich jetzt hier nicht gerade aufhänge, heißt das. Und ja, ich würde eigentlich schon fast sagen, das ist ganz gut, wenn wir die Stufen von dieser Seite aus machen. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. So ist das so... Ja, ich denke, so sollte es okay sein. Ich kann euch natürlich jetzt so direkt nicht zeigen, wie das Haus tatsächlich aussieht. Ich kann es euch nur hier in der Vorschau zeigen. Ich hätte sonst auch noch ein Bild vom Update, aber da wird das nicht so schön hier rumgefahren. Was ich sehr cool finde, ist hier diese Seite, wo man dann sein Pferd anbinden kann. Ich hoffe inständig, dass dieses Westernhaus deswegen als erstes oder überhaupt deswegen erstellt worden ist, weil man uns ja gesagt hat, dass wir ein Pferd bekommen sollen, mit dem wir dann später, ich wollte schon fast sagen, durch die Prärie reiten können, also über unseren Bauernhof sozusagen drüber reiten können. Ich bin mal gespannt. Alles sieht mega cool aus. Ich hoffe wirklich inständig, dass man hier diesen Schaukelstuhl benutzen kann. Und ich hatte auf dem Bild gesehen, dass hier vorne, wie bei so einem Westernsaloon, eigentlich noch zwei Türen drin sind. Die sind hier im Vorschaubild nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Ich sehe es übrigens gerade hier. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt am Bildschirm. Hier sind diese Türen auf jeden Fall auch drin auf dem Bild. Ja, von dem, ich denke mal, dass dieses Vorschaubild vielleicht ein bisschen, ja, älter ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Und dass das da noch nicht drin gewesen ist. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben dann entsprechend auch noch neue Dekorationen bekommen, beziehungsweise, ja, eine Dekoration. Das andere sind halt Zäune. Kann man auch unter Dekorationen sehen. Und zwar ist das der rustikale Wasserturm. Der kostet 100 Edelsteine. Aber ich glaube, in der Größenordnung machen wir da jetzt nicht mehr, macht uns das wirklich nicht mehr viel aus. Wir stellen das mal hier hin. Ja, so sieht das Ganze aus. Ist halt wirklich nur ein Deko-Element. Sieht aber trotzdem ziemlich cool aus. Was ich ja wirklich so liebe, ist, dass diese Wasseranimation, die ist ja schon verbessert im Gegensatz zum ersten Teil. Dann haben wir noch das hier, nämlich die Zäune. Und da seht ihr schon, wenn wir jetzt da drauf gehen, wir können zwei Varianten wählen. Einmal gibt es diese, ja, ich sag mal silberne Variante und einmal diese, ich sag mal goldbraune Variante. Dementsprechend bei den Zäunen natürlich genau das Gleiche. Da muss man dann mal gucken. Ich gucke gleich nochmal, wie das mit dem Haus ist. Hier gibt es auch zwei Varianten. Einmal Anbindepfosten nennt sich das. Einmal die weiße Variante und einmal die braune Variante. Die weiße Variante sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Allerdings, dafür haben wir dann die Türen, ja, ja, doch, das würde eigentlich ganz gut passen zu dem Weiß, was hier drin ist. Doch, ich finde eigentlich schon. Aber ich nehme jetzt mal die normale braune Variante und stelle die mal hin. Wo stelle ich die denn am besten hin? Ich bin mir nicht sicher, wie ich hier den Weg überhaupt ziehe. Also stelle ich die mal so ein bisschen hinters Haus dann im Endeffekt. So, da kann man dann theoretischerweise sein Pferd anbinden, wenn man denn natürlich eins hätte. Wir haben jetzt natürlich noch keins. Und ich setze natürlich auch mal, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt ist mit dem Haus. Ich setze es aber trotzdem mal hier vorne rein. So sieht das Ganze dann aus. Und den Zaun setze ich auch mal hier daneben. Damit das Ganze einmal direkt, ups, direkt schon schön eingezäunt ist. So, ich bin mir noch nicht sicher, was ich da noch davor oder dahinter mache. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt so bleiben wird, wie ich es mir jetzt hier gerade hingestellt habe. Ist jetzt auch mal ein bisschen zum Zeigen, muss ich dazu sagen. So, achso, halt, stopp. Man sollte dann vielleicht auch immer den ganzen Zaun bauen und nicht nur einen Teil davon. Okay, so sieht das Ganze dann aus mit dem wundervollen Haus im Hintergrund. Okay, ihr könnt es leider, leider noch nicht sehen. Aber ich zeige es euch auch gerne nochmal eben hier in der Voransicht. So würde das Ganze dann im Endeffekt aussehen. Sieht so ein bisschen für mich nicht ganz passend aus, weil das halt so dieser Westernstil ist. Aber wenn man das Ganze vielleicht in eine passende Ecke stellt, dass man das jetzt nicht direkt neben einem modernen Haus hinstellt, sage ich jetzt mal, dann wirkt das Ganze auf jeden Fall ziemlich cool. Was ich cool finde, sind auch diese Details. Ich weiß nicht, ob es die damals schon gegeben hat, aber in Amerika gibt es ja diese schrägen Kellereingänge. Und da ist auch einer drin. Ich glaube, die gab es im Wilden West dann noch nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde auf jeden Fall, das Haus sieht doch ziemlich, ziemlich cool aus. Eine letzte Sache muss ich euch noch zeigen. Und zwar, wenn ihr den Traktor anpassen wollt. Da gibt es nämlich jetzt, ich bin mir nicht sicher, was jetzt genau zum Update gehört. Ich glaube, das gehört nicht zum Update. Aber da gibt es jetzt noch zwei neue Sachen. Einmal das Hufeisen, was Glück bringt, was so ein bisschen nach oben zeigt. Es gibt es dann auch, ich muss Y drücken. Es gibt es dann auch in zwei verschiedenen Varianten wieder. Und dann gibt es einmal, ja, ich würde mal sagen, das Pechbringende Schokoladenhufeisen. Es sieht so ein bisschen aus wie Schokolade, finde ich, von der Farbe im Hintergrund. Das gibt es dann auch dementsprechend auch wieder mit zwei verschiedenen, ja, Farbhintergründen. Sehr schade, finde ich nur, dass das verkehrt herum ist. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ich möchte es doch lieber nicht dran haben. Ich habe lieber mein glücksbringendes Herzchen weiterhin dran. Ja, das war es dann auch leider schon mit den News. Aber ich finde, es ist trotzdem wieder was richtig Cooles dabei. Und vergesst nicht, wir können ja in jedes Haus dann auch wieder neu unsere zwei Öfen reinstellen, unsere Staffelei reinstellen und unser, ich sage mal, Musikinstrument reinstellen, je nachdem, was ihr euch auswählt. Und ja, ich finde es einfach richtig, richtig klasse, dass ein neues Haus gekommen ist, sodass wir so langsam wieder ein bisschen das Gefühl kriegen, dass wir, ja, inhaltsmäßig so ein bisschen wieder Richtung altes Farm Together gehen. Also sprich Farm Together 1. Da gab es ja so viele Sachen, die man dekorieren konnte. Und ja, ich weiß, man muss wirklich die Zeit haben. Das ganze Spiel wird ja noch insgesamt ein Jahr lang im Early Access etwa bleiben. Und ich gönne es natürlich auch den Entwicklern. Und ich gebe denen auch die Zeit, dass sie da nach und nach alles reinbringen werden. Ich bin auf jeden Fall auf alles gespannt, was noch kommen wird. Ich hoffe inständig, dass wieder so ein wunderschönes, modernes Haus drin ist mit eigenem Swimmingpool. Vielleicht sogar einen, den wir auch benutzen können. Das wäre auf jeden Fall wahnsinnig toll, weil das war immer mein Haupthaus im ersten Teil. Und ja, das wünsche ich mir einfach nur wieder zurück. Aber jetzt haben wir auch was für einen Epi, weil der ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile lang mit seinen Cowboy-Klamotten in der Gegend rumgelaufen. Und wir wissen jetzt, warum die Cowboy-Klamotten überhaupt ins Spiel eingeführt wurden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das neue Haus findet, was ihr euch noch gewünscht hättet. Oder was ihr euch vielleicht stattdessen gewünscht hättet, was als erstes gekommen ist. Ob ihr damit zufrieden seid. Und ja, schreibt einfach alles, was euch gerade so in Gedanken kommt über dieses Spiel in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.